Mh, oh, danke. Sie haben nämlich Dominik gesehen und ja. Alter, das schau ich so aus wie der. Nein, aber dann war der Spaß vorbei. Und jetzt bestrafen sie uns, weil wir den da reingeschickt haben. Nein, das war jetzt natürlich nur ein Spaß. Die schönen Diamanten. Was? Diamanten? Mhm. Du hattest Diamanten mit? Ja, 30 Stück. Ja, ja. Sicher gecheatet, oder? Nee, war ein Spaß, ich hatte gar keinen. Ja, zum Glück hattest du keine dabei. Nochmal ins Nieder. Ah, nein, ich will doch nur meine Sachen haben. Weil ich mal Risiken. So, tschuldigung, ich habe im Moment ein bisschen Husten, keine Ahnung wieso, aber ja. Ach ja, übrigens? Mhm. Mir fällt das gerade ein. Ja. Ähm. Mhm. Ich habe, also du hattest ja den, wo, den ersten Hilfekurs, oder? Ja. Ähm, ja, und den haben wir heute, also meine Klasse, heute und morgen. Wir hatten ja nur einen Tag. Echt? Ja. Ich wollte dich da fragen, habt ihr euch das mit, äh, mit dieser komischen Puppe da gemacht? Ja. Mund-zu-Mund-Beatmung? Das mindestens vier Male. Ha, habt ihr das gemacht? Ja, 30 Mal drücken, dann mit deinem Mund den kompletten anderen Mund überschließen, aber mit dem Tuch und dann so fest wie möglich reinpusten, dass sich die Lunge wieder aufbläst. Und wie ist das so? Äh, das ist anstrengend. Aber wir, wir haben das mit Mund-zu-Mund-Beatmung morgen. Also wenn ihr das seht, ist das schon ein paar Tage her, übrigens. So, ein, zwei Tage, wann wird denn das kommen? Ich bin auch immer so doof und schaue nie auf die Uhr. So. Hey, schau mal auf die Uhr. Wow, 18.27. Was? Bei mir ist es 19.30 Uhr. Hä? Spaß. Oh. Ich dachte, ich brauche keine Treppen mehr und jetzt brauche ich erst zu viele. Ich muss bald wieder ein Ankündigungsvideo machen, was euch wahrscheinlich nicht zu gefallen wird. Vielleicht aber ist es auch egal, ich weiß es noch nicht. Den hast, wie lang hast du mal ein S-C-H-U-L. U-L. Die Schule. Das ist eben das, wir wissen das gar nicht genau. Moment, ich schaue mal. Tut es leider nicht, dass sie jetzt machen. Im Moment, ich schaue ganz kurz nach. Ich bin... Moment, ich habe es in der Hand. So sieht die ja ein bisschen... So hört, eher ein bisschen was, was... So privat eben. Moment. Termine... Blablabla... 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 Naja... Blablabla... 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 Eingeschrieben ist bis 13 Uhr, aber... Ähm... Sie haben heute gesagt, es kann auch früher aus sein. Aber so genau wissen wir das jetzt nicht. Also... Zum Mitschreiben, unsere Lehrer in der Schule sind doof. Sehr, sehr doof. Ja... Zum Glück gehe ich nicht mehr in die Schule. Und für ihn ist so auch in sieben Tagen aus. Ja, ich kann mir schon, ähm... So wie zu Weihnachten, ein Kalenderpaarstum. Nur halt mit... Sieben Tage. Ja, stimmt. Boah, ich freue mich schon. Obwohl, sieben Tage stimmt eigentlich nicht. Der letzte Tag... Was ist denn das? Und der vorletzte auch, ne? Ja. Das ist ja eigentlich gar kein richtiger Schultag mehr. So einen richtigen Schultag haben wir, glaube ich, jetzt nur noch am Freitag. Moment, ich muss meinen Ventilator hier einschalten. Tut mir jetzt leid, hat das Rauscht es irgendwie? Nee. Ah, dann passt's. Mir ist im Moment so heiß. So heiß. Aber ehrlich, wir sind irgendwie lustig. Im Winter haben wir gesagt, ähm... Wir wollen es wärmer haben. Und jetzt? Jetzt sagen wir, wir wollen es kühler haben. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Ich glaube, äh... Ja. Mein Handy hat vibriert. Du glaubst es oder du weißt es? Nein, ich weiß es. Ah! Was los? Untergeflogen. Also ich glaube, es zu wissen. Oder ich weiß es, um zu glauben. Ich bin in den Bauch. Ich bin in den Bauch. War halt der Küft. Was soll ich bauen oder machen? Äh, wenn du willst kannst du noch ein bisschen Holz holen. Holz holen? Also wenn dir das jetzt nicht zu langweilig ist. Nee. Und wenn du willst kannst du ja auch mitbauen. Hm. Aber weißt du, was... Ich brauche einen Stierk. Weißt du, was ich richtig Bock hätte? Auf Döner. Oh, es leckt. Moment, Moment. Boah. Auf... Also... Hey, wie soll ich sagen? Pizza. Pizza, nein. Nichts zu essen. Auf... Ja, in Höhlen gehen und Sachen suchen. Ah, was macht Sachen? Aber... Kurze Unterbrechung. Hallo Leute und willkommen zu... All right to go. Hallo. Ja. You may, vpisse dich. Na gut, also wir machen jetzt weiter. Das wird wahrscheinlich... Ist der Max dabei? Ja, ich bin der Max. Ähm... Ja, hallo Max. Äh, ja, ich hab heute... Nein, ich hab gestimmt. Scheiß, wo ist denn da die Treppe? Scheiß, wo ist denn da die Treppe? Die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die letmen. Du musst glaube ich aus dem Fenster springen. Oha... Ah, oh, du machst's so. Vpisse dich. Ne, ich hab einen Kumpel und der sagt immer, Vpisse dich. Vpisse dich. dann 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 dann... Oh, ja, dann 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 dann... Also, guerre ich course. Dann machen es dichs. Ohne beerswegen jetzt schwer Ich hab jemand CABIN noch so himniges Fichthensholz. vor pisse echt hier vor der truhe gesundheit ich hab gehustet aber danke borti wieviel das nachts bäusch und er ist die zweite oder die dritte okay die haben einfach so ein geiler sehnte so so vor pisse dich und so ich habe müsste tempel gefunden ich habe vor neben unseren wüsten tempel mehr noch ein anderer und dann noch einer hätte jeder als haus einen wüsten tempel wüsste tempel wüsste tempel oder wie das schneide ich wirklich hin nein ich rede nicht weiter ich sagte dann wieso ich weiß schon wegen du weißt schon was ja fünf millionen oder fünf millionen mehr aber mit fünf hat es was zu tun 5 ach so vor pisse dich ja und wir brauchen ihr hier eben jahre holze und die bauern dass er herr schreibt doch mal in die kommentare bei call of duty spielte ja könnt ihr gerne machen und dann versteht das kanal weiter schon naja ich mag zwar keine um kurs die und die letztendlich aber ja was war denn das sonst ist ja wurscht ist ja egal wie viel holz baukst du noch zirka ich könnte auch weil wenn ihr auf meinen kanal schaut geht einfach ein naja egal vielleicht ist los und verlinkt ja ich jetzt verlinkt wenn ihr da drauf geht dann könnte noch auf die achsel weil der zog halt mit mir wurschen wir uns alle ja klar naja ja ja schon ich will es einfach nur sagen also ja ja wie warum machen wir es nicht so her wir reißen jetzt den kompletten wald da nieder weißt warum und dem alles setzlinge und platz ist da hinten da müssen wir nicht immer so weit rennen ach ja da kann ich ja die jetzt setzlinge hier abbauen oder alle ja weiter wird viel holz zahm